Inselhüpfen verspricht Bewegung, bedient Träume, stiftet Fernweh. Dennoch haben die Macher von Inselhüpfen Radurlaub-Zeitreisen seit 1998 in Konstanz eine feste Adresse. Urlaub fängt bei der Buchung an. Wir garantieren eine möglichst schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage. Das klappt zwar nicht in sekündlicher Taktung, dafür nehmen wir uns Zeit für Ihre individuellen Fragen und helfen Ihnen auch gerne bei der Buchung von Flügen und Zusatznächten. Antworten auf die meistgestellten Fragen von Antfahrtswegen, über Wetterkarten bis zu detaillierte Informationen unserer schwimmenden Unterkünfte finden sich in den Reiseunterlagen, die wir kurz nach der Buchung verschicken. So ist eine gute Vorbereitung vor Reiseantritt gesichert und die Vorfreude geschürt. Räder können gemietet, andere nützliche Hardware wie Handtücher, Radtrikots oder Satteltaschen auch bei uns gekauft werden. Die Wünsche unserer Gäste nehmen wir ernst, genau wie die Vorschläge unserer Reiseleiter, die ständig neue Rad- und Wanderwege entdecken. Die Essenz daraus setzt Impulse für unsere Routenplanung und ist Fundus für die Basisarbeit in Konstanz und den jährlich neu aufgelegten Reisekatalog. Überzeugen Sie sich von unserem vielseitigen Angebot an attraktiven Radkreuzfahrten in der ganzen Welt. Entdecken Sie mit dem Trekkingrad die schönsten Inseln des Mittelmeers. Erleben Sie die venezianische Hochkultur der kroatischen Inselwelt. Erkunden Sie auf dem Mountainbike das grüne Süddalmatien. Folgen Sie den Spuren griechischer Helden. Oder lassen Sie sich von der Exotik Vietnams verzaubern. Inselhüpfen heißt Träume erleben. Das macht stark, ob für die Herausforderungen des Alltags oder die einer Krankheit. Seit 2009 kooperieren wir mit der Nachsorgeklinik Tannheim. Mit 5 Euro aus jeder Buchung finanzieren wir eine Sommererlebnis-Kreuzfahrt und lassen Freibeuterträume für Krebs-, Herz- und Mukoviszidose-kranke Kinder und ihre Familien wahr werden.